Hey Leute, herzlich willkommen in diesem Info Video. Ich habe noch einen Neustart gemacht mit meinem Fahrrad-Blood, wo ich am Samstag das Video hochgeladen habe. Ich habe jetzt noch mal eine kleine Endrunde auf das Intro und ich werde es gleich hier einspielen. Das Intro, und ich glaube das ist ein Judy Deal, weil ich glaube, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Bilder für meinen Fahrrad-Blood. Ich muss nur noch den Titel dazu schreiben, aber naja. Ich sehe sie